ein wunderschönen guten tag meine freundin jetzt willkommen zurück zu Dishonored wir müssen eigentlich zum schiffer zurück aber ich will mir natürlich die knochen artefakt hier nicht entgehen lassen deswegen schleichen wir gerade mal ein bisschen unauffällig durch die gegend also unauffällig ist gut halt die klappe wo ich denn hin noch ein artefakt da hinten ok komme ich hier ich komme nicht über die mauer drüber muss gucken ob hier irgendwas abgeht nö hallo ist hier jemand ja oh ja ok fuck hunde nicht gut wieso wo ist wieso hell die penner wer rächtet denn mit sowas das hier unten oder was wo ist das noch da oh gott achtzig trilliarden ratten ich hasse ratten was ist denn das was wir das buch lesen nein artefakt bleib hier hab ja keine ahnung welches das ist in seltenen fällen schon entrangt dein mana vollständig wieder her boah nehm ich direkt ich glaube das ist gar nicht mal so kack ist wei nehm ich so jetzt möchte ich da wieder hoch ne ich finde bis jetzt haben wir eigentlich ganz geil geskillt wie viele tränke habe ich noch genug alter aber bis jetzt wirklich bis jetzt läuft es gut da ist der schiffer da ist eine rune moment da ist das artefakt und die rune ist unter mir problem ist ich will natürlich nicht zu laut sein ok das ist nur die werkstatt explodierende hunde oh gott wird ja immer spaßiger huch jetzt hätte ich doch lesen sollen eine rune habe ich jetzt ne eine 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 nachtsicht werde ich nie brauchen mach mal aus das ding bitte 7 von 7 runen cool das gerät steht außer zweifel genau wie die mathematische schönheit der musik auch mal hier wir haben es zu oft im einsatz hoppala verboten rieten gesehen um das zu verleugnen aber die frage die niemand zu stellen wagt ist die beschwörung selbst schwarze magie der wert der schachtel ist unermesslich aber was ist in ihrem inneren es ist eine werkstatt haben die hier keine baupläne brauche ich das können sie wieder irgendwann dass die kurze an dem kleinen vorratslager bei den laderampen angebracht wird ok muss mich werkstatt truenschlüssel ich muss mich gleich ach diese hunde ne es sieht aber nicht so aus als gäbe es hier irgendwelche blaupausen alles ok ich möchte mich jetzt erstmal kurz hier noch umgucken da hinten ist das knochen artefakt hoppala wo sind die aussehen sie warten mit ihren hunden durch groß hohes wasser nein ist nur ein kleiner husten mir geht es gut mir geht es wirklich prima prima sieh dich an du hast die seuche und du wolltest sie vor uns verbergen deinen ordens brüdern war das dein plan die krankheit unter uns zu verbreiten nein mein freund ich sage doch komm tötet euch gegenseitig stupid so gut wie nie legt eure waffen nieder denkt doch mal nach bevor ihr er war krank sehr sehr krank so viel steht fest und jetzt gilt es die leiche zu entsorgen ohne seine krankheit zu verbreiten auf und jetzt ist es nicht so leise aber ist das das schlafquartier Sorry Weil irgendwo gab es ja ein Safe Das sieht nicht aus Das war ja von den Aufsehern Einfach mal in irgendwelche Räume Ohli Irgendwelche Räume teleportieren Ist nicht so klug Ja die können wir in den Schlafbaracken Die Leute 203 genau Aber das hat mir der Aufsehertyp ja gerade schon gesagt In der Aufseherbaracke Nicht in den normalen Schlafbaracken Das wäre nämlich dann das Ding hier gegenüber Und zwar Das da ne Oh Das Knochenartefakt ja jetzt Um und später Mal kurz in die Ecke hier Ist das ein ganz neues Gebiet oder was? Warte mal Und jetzt ist das Büro Das ist nicht die Schlafbaracke Jetzt bin ich ganz kurz ganz verwirrt Was ist denn bei denen Die Schlafbaracke Und ich muss noch dieses andere Lagerding öffnen Muss ich auch noch rausfinden Was das ist Okay es ist nicht hier Ist wahrscheinlich hier irgendwo Wo ist das Ding? Da drin Okay Oh Hallo Ah guck mal Das ist dahinter Wo komm ich denn da rein? Wo komm ich denn dahinter? Muss der ja irgendwie reinkommen Oh Weiß noch nicht wie Aber das werde ich noch rausfinden Auch nix drin Ich muss ja irgendwie hinten in diesen Raum rein Ah Seht ihr es gibt für alles einen Weg Und Bücher Niemand braucht Bücher Wo ist denn das Artefakt? Da Was kann es denn? Du kannst etwas schneller klettern Was habe ich denn noch drin? Wenn du Ratten tötest Das brauche ich nicht Dann kann ich nämlich Akrobatik reinpacken Gut Dann haben wir auch alle Artefakte gefunden Das ist natürlich Weiß ich immer noch nicht wo der Safe ist Das finde ich ein bisschen Das finde ich schon Ein bisschen blöd Verdammte Ratte Ich weiß dass du hier bist Was denn für Ratte? Weil das waren ja nicht die Schlafkabinen Bezüglich Wir brauchen ja auch noch Einen Einsatzort für das Rädchen Aber das ist die Werkstatt Habe ich hier Ein Safe übersehen? Weil die Schlafkabinen sind es ja Da sind wir uns einig Ne Ne Das ist Auch was anderes Auch was anderes Bücher brauche ich auch nicht Hier ist kein Safe Was labert der? Das ist ja auch kein Gebäude oder? Das ist die Werkstatt Aha jetzt höre ich dich Scheiße Das war ein bisschen Zu viel Unfug Scheiße Mach doch Aua Geh weg Krasse Hunde Vor allem die sind echt hässlich Was wäre denn das? Du Ja komm reicht jetzt So Was war das für Damage? Ich finde dich schon noch Haha Das ist nicht mitgerechnet Ne Das äh Sind viele Briefe Ne das sieht aus als wäre ich hier Campus Geheimzimmer Verwirkt sich hinter einer Statue Von Benjamin Ja das haben wir schon gefunden Ich versuche nur gerade rauszufinden Wo dieser blöde Safe Da ist der blöde Safe Du blödes Kackteil Wehe da ist nix drin Betreibungsbolzen Geld So Schwere Geburt Jetzt können wir nämlich auch Endlich diese Mission beenden Obwohl Irgendwo Sollte ich doch dieses Rädchen Noch benutzen Für etwas wertvolles Im Lagerraum Aber wo? Oder muss ich das hier irgendwo? Ne Ach ich geh jetzt runter Jaja ich bin's Euretisch könnte ich doch einfach da runter oder? Wozu hab ich denn so krasse Fähigkeiten? Hey Corvo Soweit ich weiß Hat Campbell nichts ausgelassen Vielleicht sollte ich nicht urteilen Aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln Sind sie bereit? Natürlich Okay los geht's Perfekt So Gegner Enemy 48 Chaos Faktor hoch Ups Oh Guck mal Wir haben alles gefunden Nur nicht genug Geld Der Lumpengräfin geholfen Den Lumpensammler gerettet Campbell gebranntmarkt Connor gerettet Elsa gerettet Nice Alles richtig gemacht Bisschen viele umgebracht Aber sonst alles richtig gemacht Admiral Havelock und Lord Pendleton sind im Hof Sie wollen ihn vermutlich gratulieren Huch Was ist denn hier so rum? Er lebt Ich will mir ihnen eine Belohnung geben Ein Erbstück von einer meiner Tanten Nice Ich weiß nicht was es war Aber nice Immer noch eine Rune Okay Schön 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 Dann gehen wir jetzt noch kurz Bevor wir die Folge beenden Neue Rune gibt's hier wahrscheinlich nicht Hier zum guten Schmied wollte ich sagen Maskenoptik haben wir Genau Die habe ich nämlich extra freigeschaltet Oh Ich kann eine Rune kaufen Das ist ja interessant Aber Wir gucken mal ganz kurz Was ich brauche Mehr Artefakte Je nachdem Was wir noch kriegen Mehr Bolzen Und die Rune nehme ich jetzt einfach mit Weil ich die Rune alle haben will So Dann können wir noch Betäubungsbolzen mitnehmen Und dann sind wir erstmal durch Sehr nice So Würde ich mal sagen Weil ich mir das eh noch nicht kaufen kann Ähm Ich nehme das mal doch noch mit So viele wie ich jetzt noch Doch schon umbringe Nehme ich das mal mit Dann speichere ich jetzt mal Freunde Wenn es euch bis hierhin gefallen hat Gebt gerne einen Daumen nach oben Und wir sehen uns dann morgen Zu einer weiteren Folge des Onward wieder Macht's gut Tschüss